Hallo! Buh! Hau ab! Wir wollen dich nicht! Nein, okay, tschüss. Ich geh ja schon. Nein, was wir wollen ist der Breeder. Der Breeder. Geh weg der Kuh. Die lernen das nicht. So, richtig? Das ist cool. Jetzt kann ich das da so reintun. Wenn er nicht mehr eidel ist... Passiert was. Dann, schau, hat er die voll... Oh, jetzt machen die voll rum. Okay, ne, ich seh gar nichts. Warte, schau, hier ist das kleine. Für so... Für eine Kuh haben wir jetzt so ein... Da ist noch einer entstanden. Der nimmt ja alle in dem Radius da. Der nimmt alle in dem Radius. Ja, von hinten. Das ist auch ungefähr deine Auswahlmethode, ne? Ich nehm alle in dem Radius. Ja, dann breeden die mal schön vor sich hin mit der Maschine. Was machen wir heute? Ja, erstmal begrüßen wir alle unsere Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feet the Beast. Anleashed. Mit dem Rafi. Und dem Shavo. Aber das war auch schön. Und ohne den Pico. Auch immer. Wie könnte es anders sein? Er ist mittlerweile... Wahnsinn, ist ja Wahnsinn. Aber das wächst dann von alleine neu nach, oder wie ist das? Ja. Okay. Das ist rein theoretisch. Wenn wir wissen, aus was wir Hops kriegen, könnten wir da einfach... Ganz viel davon machen. Und dann immer durchrennen und so. Ja, dann könnten wir uns einfach Hops nehmen. Ist das nicht schön? Oder aber jetzt brauchen wir doch gar keinen Crop Matron, oder wollen wir den trotzdem bauen? Was brauchen wir? Crop Matron? Crop Matron. Das klingt wie so einer von den... Von den Bösen bei Transformers. Nee, das ist glaube ich dazu da, dass es schneller geht, wenn mich nicht alles täuscht. Und wofür war jetzt der Fertilizer? Der war für... Also das ist so eine automatische Maschine wie hier, aber nur halt, dass es da mit Pflanzen geht. 3x3 Radius davor. So. Aber das da sind doch Pflanzen, oder nicht? Wo? Also das hier. Nein. Nein. Tja, hier ist Crossbreeding, das die sind Pflanzen. Ach so. Ja. Das sieht auch nicht aus wie Pflanzen. Wie konnte ich mich da nur so täuschen? Das sind voll die Krüppelteile hier, die so rumwachsen. So, aber dann würde ich sagen, während wir hier warten, können wir hier unten weiterbauen. Genau, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ja, obwohl, die wachsen eh nicht schnell genug. Dann bauen wir doch einen Crop Matron hin, oder? Ja, los, dann machen wir das. Okay, dann machen wir das. Crop Matron. Boah, das sieht aber nicht gesund aus mit dem radioaktiven Zeichen oben drauf. Es geht schon. Aber das ist leicht zu bauen, ne? Ja, es geht schon. Ich hab sechs Crops. Bauchst du nicht. Electric Circuits können wir leicht machen, die sind ja schon fast im Work Table drin. Zumindest gespeichert. Aber nur fast. Ja, gespeichert sind sie. Aber nur fast gespeichert. Und uns fehlt ein Force Ingot, verdammt. Ich hab ne Test. Ist ja Wahnsinn. Du bist ja super vorbereitet. Voll Wahnsinn. Was du denkst? Die Force Inges? Ja. Irgendwo hier hatte ich Eisen reingelegt. Ich weiß nur nicht mehr wo. Warte, bleib mal stehen. Wo ist denn mein Eisen? Hast du das alles weggenommen? Ne. Aber hier hast du einen Maschinenblock. Eins, zwei, drei, vier, fünf Crops. Und was brauchst du noch? Oh, chest. Okay. Wir können da immer ein bisschen Eisen schmelzen und so, gell? Mach ich das kurz. Was? Naja. Ich bin aber schon dabei, ne? Also zumindest einen Stack hab ich schon meserated. Aber wir können es trotzdem weiter machen. Stimmt eigentlich. Bam. Electric Furnace. Messerator. Was fehlt denn noch? Oh, jetzt fehlt mir... Mann, jetzt fehlt mir noch ein Kupferding. Hey, wir haben noch zwei Messerators oder was? Was? Voll ineffektiv. Wir haben nur zwei Messerators. Echt? Ich hätte gedacht, wir haben mehr. Ne. Ich auch, aber... Ach, den Maschinenblock haben wir noch nicht, ne? Doch, hab ich dazu geworfen. Den hab ich aber nicht. Den hast du, wenn, wieder aufgenommen. Ne, hab ich nicht. Wo ist denn der hin? Keine Ahnung. Doch, ich hab ihn. Mein Freund, ne? Mein Freund. Wo bist du unten? Okay. Wegt da. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Blumen. Bitte, bitte, bitte. Machst du ihn alleine? Ja, ja. Okay. Oh, der ist ja traurig. Was war denn noch mal oben? Ach, die Truhe. Okay. Fertig. Cool. Kannst du schon mal hinstellen. Guck dir das Ding mal an. Das sieht doch aus, als würden wir jetzt radioaktive... Jetzt züchten wir echt Tomako, glaube ich. Das wäre echt cool, so Tomako. Ähm, und wo setze ich das jetzt genau dran? Einfach so, dass die drei mal drei Felder da im Radius sind. Am besten die hier, ne? Ja. Weil das ja... Die sind, die funktionieren. Alter, guck dir mal den atomaren Abfall an, der da drauf ist. Also warte, wir können jetzt jedenfalls da schon mal das Solarpanel ansetzen, damit der das läuft. Das dürfte jedenfalls... Ja, genau. Da hat Energie da links. Also wir brauchen dafür... Colters, oder? Links kommt Fertilizer rein und rechts kommt... Abfall. Nein, was ist das? Ich würde übrigens in die Mitte setzen, gell? Irgendwie hier hin oder so. Ja, dann mach das doch. Ich hab dich doch extra gefragt. Also ist es ein Radius egal, wie ich den setze? Rund um... Wir müssen noch einen bauen. Wieso? Ich hab nur einen Maschinenblock rausbekommen. Du wolltest, dass ich ihn abbau. Ich bin unschuldig. Das weiß man doch, dass man sowas nur mit einer Wrench abbaut, Mensch. Mit einer Wrench. Mit einer Wrench. Ich brauche einen Wrench auch mit. Ein Wrench. Jihau. Ich nehm jetzt einen Forst. Nein, was für einen Wrench brauchen wir? Na, die... Ach, das ist doch kacke, Mensch. Na, du bist schuld. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Du wolltest, dass ich ihn abbau. Ja, das war eine gute Falle, oder? Sonst hättest du nämlich wieder voll rumgemeckert. Und deswegen hab ich dich mal schön machen lassen. Sneaky. So, ich mach's mal ein paar Crops. So. Du willst wieder Crops, gell? Was brauche ich? Crops? Ja, gib mal her. Pff. Machst du unhöflich. Also den Maschinenblock geb ich dir auch noch. Ich darf das. Du hast es kaputt gemacht. Ja, nachdem du es mir angeordnet hast. Du hörst doch sonst auch nicht auf mich, Mensch. Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Bist du krank? Ja, ich hab... Stürbst du? Ich hab Ghostsulitis. Du hast Cellulitis. Ghostsulitis. Cellulitis. Dann hab ich halt Cellulitis. So, ich hab ihn, okay? Cool. Ich setz ihn jetzt an die gleiche Stelle wie eben. Nein. Also setz ihn mal... ...hier hin. So. So. Wunderschön. Okay, Energie hat er. Also... Fertilizer, Watercells und das Rechts ist... Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ähm... Fuck. Wie machen wir das gleich mal? Warte. Vielleicht brauchen wir doch eine Watercell. so. Do-do-do-do. Das wird dauern. Wie viel Watercells brauchen wir denn da? Äh... Ein paar Stacks. SW mics B Ich will nicht meckern. Obwohl, die sind ja einfach herzustellen. Eben. Ich hab jetzt schon... Ja, ich mach mal vier Stacks, ja? Ja. Fertig. Achso, jetzt muss ich noch Water Cells draus machen. War das nicht so, dass man Water Cells nicht stapeln kann? Äh, doch. Glaub schon. Ah, fuck. Wie hieß denn das? Doch. Oh. Das ist ja voll spannend. Die ganze Zeit hier Wasser in so Flaschen zu füllen. Voll spannend. Ja, ich steh hier nur rum. Ich würde auch gerne wissen, wie das der Mod heißt. Ich kann dir leider nicht helfen. Mann heißt irgendwie Alizer. Oh, ich bin fast eingeschlafen. Ex, also Crop, Crop Ex, glaub ich. Crop Ex. Oh mein Gott. Ex. Ex, irgendwas mit Ex, glaub ich, war's. Reicht es nicht, wenn du irgendwie nach Crop Machine guckst? Weed Ex was. Genau. Und dafür braucht man Grin Powder. Das kriegt man von Spider Ice. Haben wir genug Spider Ice? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich Water Cells da nicht reinsetzen. Nicht. Und Empty Cells auch nicht. Machst du irgendwas falsch? Ich weiß nur noch nicht was. Das ist hier die große Frage. Das funktioniert nicht. Schabo unglücklich. Ja, schade. Ähm, das ist jetzt die Frage. Das ist ganz normale Water Cells. Ja. Water Cells hab ich hergestellt. 64 Stück. Und Empty Cells hab ich auch noch drei Stacks. Aber keins von meinem kann ich reinpacken. Probier, was für Cells gibt's noch, die so ausschauen. Cell. Kommt doch viel Zeug. Äh, Hydration Cell vielleicht? Ja, oder Electrolyzed Water Cell. Das kann alles sein. Nein, nein, nein. Wenn dann Hydration Cell. Macht doch noch Sinn. Jetzt, ach, nur in den Extractor? Ja. Weil das kriegen wir hin. Nice. Oder Bio Cell. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber erst mal das da aus. Passt schon. Wo ist denn der Extractor? Achso, das ist der mit dem Hahn drauf, ne? Ja. Haben wir Ewigkeiten nicht mehr benutzt, ne? Weed. Da ist sogar noch Sticky Resin drin. Smoke weed every day. Gibst du mir bitte ein paar Empty Cells? Ja, hier. Hä? Wo? Ich hab's ja gerade. Die liegen auf dem Tisch. Auf dem Chunkloat. Und retz du ihn. So, ich probier's mal eine aus. Ob's das ist, bevor ich den ganzen Stack da verballer. Ja, die passen. Die passen. Sag ich doch. Und die verbraucht sich auch direkt. Ich weiß noch nicht, wieso. Ja, weil es halt ist Energie und so. Ja, das funktioniert doch aber noch nicht, oder? Ja, doch. Ja, wie? Penis Time. Lenkt mich immer vom Thema ab. Und zwar von The RL00. Den hatten wir vorletztes vorher schon. Und zwar fragt ihr, was ist euer Lieblingsspiel und warum? Das ist es hart. Das auf ein Spiel runterzubrechen. Das sind ein paar Sachen. Dann fallen mir gerade keine ein. Also eins fällt mir auf jeden Fall ein. Nein, zwei sogar. Ohoho. Ja. Raus. Ach so, ich soll anfangen, okay. Also, ja gut. Also wenn ich jetzt sage, Minecraft wäre nicht eins meiner Lieblingsspiele, würde man sich wahrscheinlich auch fragen, warum ich so viel in Minecraft mache. Also Minecraft gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, ja vor allen Dingen, du kannst es ewig spielen, du kannst immer neue Sachen machen, das finde ich halt cool. Und wenn ich jetzt aber eher so an die Klassiker denke, dann bin ich doch so der Age of Empires 2 Freund. Also, ja, also Age of Empires 1 fand ich nicht so doll. Age of Empires 3 hatte auch den Charme verloren. Deswegen eindeutig Age of Empires 2, was ich ja im Moment wieder so ein bisschen für mich spiele. Ohoho. Ja, ich messe mich sogar mal im Multiplayer ab und zu. Ohoho. Mhm. Das ist schon ganz schön hart. Harter Tobak. Und sonst, vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber das sind jetzt so die beiden, die mir auf Anhieb einfallen. Wie schaut es denn bei dir aus genau? Minecraft natürlich auch, wobei ich jetzt, also Minecraft so die ersten paar Wochen, wo ich das Spiel so entdeckt habe, war es natürlich noch viel geiler als jetzt. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es seinen Charme verloren hat, ist natürlich noch immer geil, aber es ist nicht mehr bei den Top-Spielen dabei, sondern, wo ich halt echt nostalgische Momente mit verbracht habe, war Jack and Dexter. Ja, damals auf der PS 1 und 2. Und, äh, King of Hearts natürlich. Absoluter geiler Klassiker. Ähm, was gibt's noch so? Stimmt, als wo du sowas sagst, fällen mir auch wieder andere Sachen ein. Okay, wahrscheinlich Zelda und so, oder? Ja, Zelda, das war so das erste Spiel, was ich für den Super Nintendo hatte. Das war natürlich auch geil, aber wo du gerade so von King of Hearts redest, fällt mir halt auch so Final Fantasy und sowas ein. Da habe ich nur das X da gespielt. Und, ja, und gerade das ist meiner Meinung nach das Beste, weil das war das Erste, was ich gespielt habe und das hat mir auch am besten gefallen. Hast du deinen Ho noch dabei? Mh, ja. Ho mal bitte. Aber nicht das dazwischen. Nur das ums Wasser rum. Okay. Äh, ja, wo du gerade von King of Hearts 10 redest, witzige Geschichte, da habe ich nämlich auch gezockt. Final Fantasy X, meinst du? Ja, genau. Und, irgendwie war es aber so, da habe ich irgendwann nicht mehr weitergespielt, weil ich nicht weitergekommen bin und irgendwie nach ein paar Jahren habe ich es einmal wieder angefangen. Da war ich halt schon ein bisschen älter, habe ich dann verstanden, um was das geht und so. Also, in dem Puzzle, glaube ich, war es irgendwie in so einem Tempel oder was. Und dann, ja, da fehlt noch was hier. Ist auch noch Hohn. Und dann habe ich es halt übelst gesuchtet, weil es einfach so geil war. Und dann bin ich aber bei Sephiroth nicht weitergekommen. Weil er einfach zu stark war, oder was? Ja, Mann, das ist voll hässlich. Das habe ich dann 10.000 Mal probiert und bin ich nicht weitergekommen, habe ich es dann gegen die Wand geworfen und habe aufgehört damit. Und seitdem habe ich kein Final Fantasy mehr gespielt. Sephiroth? Hä? Achso, der ist aber nicht 10. Sephiroth kenne ich nur aus 9. Ja, oder ich weiß nicht, wie der hieß. Jedenfalls der König da. Und dann kam der irgendwie mit der voll OP-Figur und was weiß ich alles. Also, bei Final Fantasy 10 ging es mir auch mal so. Es gab so eine... Ja, es gab so eine Stelle, da kam ich am Anfang nicht weiter. Also, nee, nicht am Anfang, das war mitten im Spiel. Und dann habe ich einfach nochmal, anstatt zu leveln, weil ich dachte, ich hätte mich irgendwie verskillt, nochmal komplett von vorne angefangen, so nach 30 Stunden. Und dann habe ich es aber auf dem ersten Anlauf geschafft, weil ich irgendwie besser trainiert war beim nächsten Mal. Aber ich mag solche Spiele, wo du dich so langsam noch entwickeln kannst und frei rumlaufen kannst. Ja, klar. Es ist einfach das Beste. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier richtig mache. Ich auch nicht. Aber... Ich dachte, wir machen einfach mal eine Menge Weed-Kreuzungen, oder? Ja. Keine Schaden. Bei dir klingelt das Telefon, Raffi. Ja, ich weiß. Ich wollte es dir nur sagen, ne? Nicht, dass du denkst, du verpasst hier wichtige Anrufe. Ja, das ist bestimmt bei der Eltern oder so. Raffi, die Arbeit brennt. Du musst uns retten. Ja, ich habe ja gerade Wichtiges zu tun. Ja, keine Zeit, keine Zeit. Geben. Also, ich mache Weed-Ecks, oder? Und du machst noch die Invertil. Oder hast du genug Hydration-Sales jetzt? Ich habe jetzt vier... Also, nochmal 62 gemacht. Ja, das ist... Pfff... Oder? Hä, warum hat der... Au, wie dumm ist das denn? Die kannst du nur einzeln machen. Ja, ist ja egal. Da braucht man eh nur drei. Also, passen drei maximal rein. Also, so viel brauchst du da auch nicht. Ja, cool. Ist ja Wahnsinn. Ist trotzdem nervig. Foll nicht rum hier. Doch, das kann ich aber am besten. Okay. So, die sind drin, okay. Aber der zieht ja hier jetzt schon die Energie raus, ne? Bringt das denn überhaupt schon was, wenn die anderen beiden Sachen noch nicht gefüllt sind? Ich glaube schon. Würde ich jetzt so spontan mal sagen. Okay, hoffen wir mal, ne? Dass hier irgendwas passiert. Mhm. So, jetzt pass auf, weil dann tun wir die anderen beiden Sachen auch noch rein. Aber ich nehme hier so ein paar... So, so und dann... So und so und so. Genau. Oh, die lassen sich auch nicht stacken. Fuck. Ich sehe nur, wie tausende Items wegfliegen. Was ist denn das? Weed Eggs. Weed Eggs. Das ist die... Weiß ich nicht. Das ist das, was man nach... Ich glaube auch da. Achso, okay. Was man nach Afghanistan verkauft. Ich stelle die. Achso, okay. Wächst das jetzt auch schneller? Keine Ahnung, aber wir brauchen jedenfalls noch Fertilizer. Alter, wie schnell ist das das Zeug rauszieht? Fertilizer durch Scrap und Baumwür. Das dürfte auch relativ leicht sein. Wir brauchen mal irgendeine Monster-Farm oder sowas, dass wir genug Baumwür haben. Ja, aber ich finde, hier passiert so gar nichts, ne? Ja, das Fertilizer fehlt ja noch. Ja, also lohnt es sich nicht, die Sachen reinzutun, bevor nicht alles drin ist, oder? Ja, wir haben ja genug davon. Ja, ach na dann, dann lass es uns verschwenden. Eben. Genau meine Einstellung. Das war doch Eoni, Mensch. Achso. Nein, weiß ja gar nichts. So, pass auf, jetzt habe ich zwei Stacks Fertilizer dabei. Ja, ich komme auch wieder raus. Moment. Und... Ähm. Bam. Ein Weed-Ax ist schon verbraucht, oder was? Naja, das geht echt schnell mit der Zeit. Äh. Okay, 32. Macht aber Sinn, ja. Es ist alles einmal Fertilizer. Nice. So. Ja, das geht schon ein bisschen zur Sache. Ja, findest du? Ja, find ich schon. Ja, das würde ich schon sagen. Ja, doch, hier an den Seiten geht es echt schneller. Aber das hier, weißt du, das an den Seiten, das haben wir vor Ewigkeiten geflogen. Ja, eben. Vielleicht wissen die Zuschauer was. Oder ich lese mich selber nochmal ein bisschen ein. Aber vielleicht ist das einfach das Falsche. Ja, vielleicht ist das eine missgeborene Pflanze. Vielleicht kann man Weed und Weed nicht kreuzen. Weißt du, wir haben Unkraut erschaffen. Ah! Ha, ha, ha. Oh mein Gott. Aber, das hilft uns jetzt nicht. Aber es wird verbraucht. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist immer gut, ne? Auch mein Auto verbraucht auch Kraftstoff und es ist noch keinen Kilometer gefahren. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ich nehme einfach mal an, dass es fahren kann. Na gut. Aber dann würde ich mal fast sagen, wir hören hier auf und dann wechselt es vielleicht auf Kamera noch so ein bisschen. Ja, auf magische Art und Weise. Jo. Mit Sheets und so. Wenn ihr irgendwelche Tipps oder so Sachen habt, die wir falsch gemacht haben, brüllt sie in die Kommentare. Nein. Bitte. Normal. Alles im Caps Lock. Alles im Caps Lock. Ja. Es gibt jetzt keine Zeichenbeschränkung mehr nach Google. Also seitdem googelt es. Lass es uns durch den Tausendfüßler wissen am besten. Das ist doch der Best. Genau. Oh nein, ich sehe schon, was da passieren wird. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich geht es nächstes Mal und dann. Ja. Machen wir Bier. Machen wir Bier. Ja, tschüss. Ja, genau. Tschüss.